was geht ab der geilen Klubschieß herzlich willkommen zurück in Atlas 2 die Demo für Playstation aaaahhaaa hilf mir Gott hilf mir bitte Alter wie weit gehe ich noch runter alter pass mal auf get low ok wir haben hier aufgehört und ich mach hier jetzt mal weiter äh komischerweise bin ich jetzt ein bisschen ähm entspannter ich weiß gar nicht warum aber ähm ja hallo wie man sieht sieht man nichts hallo niemand da was äh ne ne ich geh mal hier rein ok ich geh nicht hier rein ähm oh shit äh ja ich hoffe das funktioniert alles von dem Sound her denn ein Aufnahmekabel was ich brauche da ich mit einer Elgato aufnehme ähm funktioniert äh leider nicht mehr so ganz das ist ein bisschen kaputt deswegen höre ich nur auf der rechten Ohrmusche was von meinem Headset ich hoffe äh dass bei euch aber alles vernünftig wie die Nicke das bei euch aber alles vernünftig ankommt ähm äh 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 ich guck ich guck raus mir geht's gut äh wie geht's euch so es schneit draußen ein bisschen äh ich wusste nicht ob ihr es wusstet aber es schneit guckt euch die Flocken an ist das nicht schön da ein bisschen Licht und ja wir nehmen hier schon seit 14 Minuten auf mit unserer Kamera aber ähm ja das ist ja Nic so wild so verbrauchte ja auch keine Batterien wenn man hier kein Nachtsicht an hat und äh ja ich hab Angst dass wenn ich mich umdrehe irgendwas auf mich wartet auf mich wartet äh 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 okay ich lebe noch 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 Fickschnitzel 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 Fick Das ist für mich Fick 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 in der gleichen hässlicher Clown rauskommt mehr dann weil ich mein Mikrofon durch die Wand das ist was was nee äh alles äh ähm äh äh ja mir geht's gut ähm hi ähm Party ich mach gerne Party mach dir auch gerne Party 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 was passiert mit meiner Sicht? bin ich behindert? ok ja bin ich aber ich sehe da nichts äh warum sind wir so verschwommen? ok so erkennt man ok so erkenne ich mehr aber ihr wahrscheinlich nicht ähm wenn hier gleich irgendein scheißfratzenface kommt ne? dann äh bin ich weg hier ist zu ah du fette Missgeburt alter 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 ok da kommen wir nicht rein alter ok da kommen wir nicht rein pfff pfff oh oh alter ich war wahrscheinlich ziemlich laut bei euch gerade warte ich hab euch gesagt macht mich lauter ok ich hab's letzte Folge gesagt aber diese Folge nicht tut mir leid vielleicht hätte ich euch warnen sollen was 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 will ich hier sein ich denke nicht hm ich will unter den Tisch Mami finde ich hier pornografische Bilder oder so Ne, schade. Warte, mit dir. Oh, okay, da komme ich raus. Kann ich hier... Ich will raus. Lass mich raus. Das Fenster ist doch schon offen. Mach das auf und renn. Aber nein, warum denn auch? Hallo? Unterricht? Kein Unterricht? Okay. Hier sind wieder die verdächtigen Taschentücher. Ich weiß, was es bedeutet. Ja, safe ist das Jessica. Also wenn ich mich jetzt frei entscheiden könnte, würde ich sagen, fick dich, du Arsch, ich komme nicht hinterher. Ich habe mich noch nie... Oh, hell. Wer hängt denn da? Wer hängt denn da? Tralali und tralala. Sag mal, warum zappelt die so? Oh, warte mal. Ich sollte vielleicht mal... Weil sie so durch die Gegend gehen, ist glaube ich nicht so gut, wa? So, ausnahmsweise mal rauszoomen. Äh, mir geht's gut. So, hier. Kassett, da rein. Oh, hi. Ich habe... Fünf Finger. So, heute Bio-Unterricht beendet. Nigga Bitch. Ich laber immer Bullshit, wenn ich ein Horrorspiel... äh, spiele. Ich bin fertig für heute. Ähm, ich habe keine Lust. Äh, 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 äh. Wer sind das da für? Da sind Hände! Ist da etwa jemand ungeduldig? Hä? Seid ihr ungeduldig? Oh, oh, Tentakeln. Japanische Pornos, Alter. Tut mir nichts. Tut mir nichts. Ich tue euch nichts. Ihr tut mir nichts. Äh, äh, muss ich die Tür äh, äh, nein, äh, äh, lass mich, aua, nein, nein, aua, lass mich, nein, was soll das? Oh, wo bin ich denn hier auf einmal? Oh, Haus, aua, oh, shit. Äh, nein, jetzt muss ich rennen. Oh, shit, oh, oh, shit. Äh, scheiße. Wo hat man noch mal die Kamera geholt? Oh, oh, hi. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Nicht hier. Wo muss ich da hin? Da hin? was? Oh, ich hab keine Aus- in der Fall. Man hat Aus- nee, au, ah, ah, au, sag mal, weißt du, dass sowas weh tut? Ah, da, da, oh, ah, Licht, ah, ich bin Vampir, lass mich in Ruhe. Nein, ah, oh, noch mehr Licht, aua, ah, es ist so hell, ah, Hilfe, so hört doch jemand, oh, rutsch, aua, oh, nicht schon wieder meine Brille, oh, hi, meine Eier, meine Eier, was habt ihr mit ihnen gemacht? Nein! Oh shit, jetzt muss ich so reden, denn ich hab ja keine Eier mehr. Äh, voll wichtig, äh, Optionen und so, weil sie wisst ihr? Ja, das war die Outlast 2 Demo, und, äh, ja, das ist die, die ich schon kannte, was ich irgendwie ein bisschen schade finde, weil ich das halt echt so, äh, gelesen hatte auf Facebook, ähm, dass das irgendwie eine neue ist, die jetzt halt für Playstation draußen ist, und Xbox und PC sind dann irgendwie zwei Tage später irgendwie, äh, mit rausgekommen oder so. Ähm, deswegen dachte ich, dass das eine neue ist, weil ich die schon bei Kronke gesehen hatte vor zwei Monaten oder so, wann er die gespielt hat, aber, naja, jetzt habt ihr die auch bei mir gesehen, und, äh, das war alles, was ihr von diesem Spiel sehen werdet bei mir auf dem Kanal, ähm, wobei, ich bin gerade am überlegen, wenn das gut bei euch ankommt, soll ich mich selbst quälen und das Spiel spielen? Ah, ne, weißt du, ne, ich lass das mal, ich lass das mal, ich bin nicht so der Horrorspieltyp, ähm, aber ihr könnt trotzdem mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der Demo haltet, was ihr von Outlast allgemein haltet, was ihr euch von Outlast 2 verspricht, äh, ich denke, das, ähm, wird noch ein Stückchen härter als Outlast 1, wo Outlast 1 eigentlich schon hart war, aber, in Outlast 1 hast du nur einen Finger verloren, und, äh, da gleich die ganzen Eier. Gut, ich verabschiede mich, haut rein, tschüss.